Wenn der nicht meine Steuererklärung gemacht hat, wenn der nicht mein Haus gebaut hat, wenn der nicht mein Auto in die Reinigung gefahren hat in den letzten 15 Jahren. Wiss ich auch nicht. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mit dem ich absolut gar nicht gerechnet habe, aber guess what? Ich habe gerade 150 Euro im DM gelassen, während ich Süßigkeiten kaufen wollte und dann habe ich das hier gefunden und musste sofort zurück nach Hause, um dieses Video für euch zu drehen. Ich habe eine komplett neue Kollektion von Nix und Avatar gefunden und wer mich kennt, der weiß, dass ich vor vielen, vielen, vielen Jahren der größte Avatar-Fan überhaupt war. Ich wollte ein Avatar sein. Ich wollte da sein. Ich wollte in Pandora leben. Ich wollte diesen Planeten verlassen. Guess what? Hat nicht geklappt. Jetzt gibt es... Wow. Jetzt gibt es aber Make-up. Und es ist schon lange her, dass mich eine Kollektion in der Drogerie optisch, nur optisch vom Packaging so gecatcht hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das heute wird. Ganz, ganz wichtig. Ich habe gesehen, dass es viele bezahlte Videos gibt dazu auf TikTok und auf Instagram vor allen Dingen. Das ist keins davon. Ganz wichtig. Das ist kein bezahltes Video. Ich habe es alles selber gekauft. Offensichtlich habe ich die Sachen nicht in einer bezahlten Kooperation bekommen. Aber ich bin sehr gespannt, wie die Sachen funktionieren. Denn Nix hat gute Produkte. Avatar ist schon eine krasse Hausnummer. Aber ich habe eine Meinung zu Avatar. Nicht zu den Produkten, zu Avatar. Und ich würde vorschlagen, wir probieren die Sachen einfach mal aus und schauen, wie die Sachen sind. Und es gibt die Sachen online, glaube ich, auch. Ich habe sie jetzt aber im DM an dem Extra-Aufsteller gesehen. Falls ich sie online finde, verlinke ich sie euch einmal unten in der Infobox. Okay, Freunde. Also, wir haben wirklich viel. Ich habe wirklich jedes einzelne Teil gekauft, glaube ich. Ohne... Das war so eine typische Situation. Man fällt in so ein Loch und alles in den Wagen und zur Kasse und weg nach Hause. So eine Situation war das. Ich habe 145 Euro noch was da gelassen. Wir haben hier zwei Highlighter-Sticks. Die kommen in so einem klassischen Drehdesign. Die Kappe ist sehr süß. Einmal in der Farbe Sunrise Banshee Ride. Das ist so ein goldener Ton. Sieht schön aus. Und dann gab es noch einen. Das geht so ein bisschen in die Blush-Richtung. In der Farbe Coral Reef. Der ist wesentlich rötlicher. Und den kann ich mir perfekt als Blush-Topper vorstellen. Und der hat auch, schaut mal, so ein bisschen Duo-Chrome-Effekt. Also, wenn er das Licht direkt frontal raufhält, ist er pink. Und wenn er so ein bisschen zur Seite geht, hat er so ein bisschen was Dunkleres. Ich kann mir vorstellen, dass die auf dunklerer Haut sehr, sehr gut aussehen werden. Oder aber auch auf den Augen oder so. Ich würde jetzt mal nur vorsichtig mit dem goldenen arbeiten. Der ist sehr, 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 sehr weich. Also schon so ein bisschen cremig fast. Den würde ich mir jetzt erst mal nur frontal so ein bisschen auf die Nase geben, weil ich noch was anderes habe. Oder ich mische noch ein bisschen zusammen und tupfe mir das mal hier vorne rauf. Also der hat eine recht spannende Farbe und eine recht spannende Konsistenz. Ist jetzt sehr zart. Ich habe natürlich auch schon mein Make-up abgepudert. Deswegen, ich will jetzt die Base nicht kaputt machen. Ich habe sie einfach nur mitgenommen. Und das mache ich ja oft einfach, um es euch zu zeigen. Und wenn ihr etwas Besonderes davon haben wollt, was ich jetzt nicht verwende oder so, schreibt mir gerne auf Instagram. Farblich sehr, sehr schön. Für dunklere Haut perfekt. Was der eigentliche Grund war, warum ich überhaupt so ausgerastet bin, war die Pandoran Paradise Palette. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Aber es gab vor drei, vier Jahren mittlerweile schon von Essence die Fall Back Into Nature oder Fall Back In Love. Irgendwie sowas Palette mit den krassesten Blashtünnen. Und ich bin so todtraurig, dass es diese Palette nicht mehr gibt. Und ich finde meine auch nicht mehr. Ich habe selbst sogar mal eine von der Zuschauerin bekommen und selbst die ist weg. Sie ist, als wäre, als wollte sie nicht mehr bei mir sein. Jetzt ist dieses Schätzchen rausgekommen mit sechs verschiedenen Farben. Und guess what? Wir haben ein Hot Pink, wir haben ein dunkles Rot, wir haben einfach ein Orange und ein Gelb. Und wir haben zwei Highlighter Töne. Ich swatche jetzt einfach mal rein. Sehr, 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 sehr weich. Ist schon so ein bisschen wie so ein bisschen cremig fühlt sich das sogar an. Ist es aber nicht. Na, man kann jetzt nicht so viel erkennen bei den Swatches. Das Orange ist krass. Blush Paletten bei solchen Farben ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn die nicht ganz so intens sind. Ich gehe jetzt erstmal vorsichtig in diesen orangenen Ton rein. Nur ganz, 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 ganz leicht. Weil ich glaube, dass die schon recht viel Bums haben. Was mich so ein bisschen stört bei der Kollektion, aber generell nicht nur bei der Kollektion, sondern das ist bei allen Produkten, die nicht in einer klassischen Make-Up Palettenform sind, ist die Form der Palette, dass man sie schlecht stauen kann. Was ich aber recht spannend finde, und vielleicht machen wir das mal sogar in einem gemeinsamen Video, ist, dass wir Paletten depotten, also die Fenchel wirklich aus den Verpackungen rausbrechen und sie in eine Magnetpalette packen, einfach, dass man so ein bisschen mehr Überblick hat. Das finde ich eigentlich eine gar nicht so schlechte Idee. Die Farbe ist recht zart. Man kann sie aber gut aufbauen. Ich will jetzt nochmal hier in diesen dunklen Ton und mische ein bisschen von dem Rosa hier mit rein auf die andere Seite und der rosa Ton ist natürlich wesentlich pigmentierter. Aber die Textur ist ganz spannend. Das ist... Nee, wartet mal. Das ist, kennt ihr, von MAC. Diese Mrs. Bella hat mal mit MAC so ein paar Blushes auch rausgebracht. Die sind so ein bisschen bouncy, ein bisschen weich gewesen. So fühlen die sich an. Die sind eine Mischung aus cremig und pudrig. Cheek Palette. Steht jetzt da aber nicht drauf. Ist natürlich auch vegan. Okay, komisch. Keine Ahnung. Kann ich nicht so ganz beschreiben. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Textur. Sehr, sehr weich. Komm, wir probieren jetzt auch nochmal ein bisschen das Gelb aus. Das kann man halt gut zusammen mischen. Und ich finde auch, auch hier bei dunklerer Haut sind Orange und Gelb immer sehr, 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 sehr schön. Gut pigmentiert. Und sie haben auch, glaube ich, so einen leichten... Kein Glow, kein Glitzer, aber dafür so ein bisschen Effekt mit drin. Ich muss unbedingt diese Highlighter probieren. Auch die swatch ich euch einmal noch kurz. Wir haben einmal Cyrea Shimmer und Pearl of the Sea. Auch beide sehr, sehr cremig. Auch hier wieder so ein bisschen irisierend. Ein bisschen rosaner. Den probieren wir jetzt aus. Ja, das ist keine klassische Pudertextur. Sehr, sehr spannend. Oh ja, krass. Also die würde ich tatsache fast mit den Fingern auftragen, weil sie von der Textur her einfach sehr, sehr cremig sind. Macht aber auf jeden Fall auf der Haut was her. Ist halt mal was anderes. Also ich habe in den letzten Wochen oft bei euch gelesen, dass euch so ein bisschen das Make-up langweilt, weil es alles immer so irgendwie immer wieder dasselbe ist. Das ist es nicht. Was ich zu Avatar erzählen wollte? James. James, James, James. Wenn ihr nicht James seid, ist es nur für James. Ich weiß nicht, was du die letzten 15 Jahre gemacht hast. Erzähl es mir. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn dieser Film, der an meinem Geburtstag rauskommt übrigens, vielen Dank dafür. Wenn der nicht meine Steuererklärung gemacht hat. Wenn der nicht mein Haus gebaut hat. Wenn der nicht mein Auto in die Reinigung gefahren hat. In den letzten 15 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr den Film seht. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt den ersten Teil gesehen habt. Das war damals, war das schon eine krasse Aktion. Ich weiß nicht, was in 15 Jahren sich technisch verändert hat. Im Vergleich zu damals, was schon so krass war und ob es jetzt nochmal so krass wird. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Perfekte Überleitung, Maxim. Ich habe noch was anderes. Und zwar diese Lidschattenpalette. Und das ist Packaging 10 von 10. Aber auch hier wieder, das ist formattechnisch recht groß, recht unhandlich. In der Palette sind tatsache 24 Farben mit drin. Und ihr könnt schon sehen, einige sind nur halbe Pfändchen. Einige sind groß, einige sind klein. Und wir haben eine Vielzahl an Farben. Wir haben alles so ein bisschen in dem lilanen Bereich. Wir haben den blauen Bereich, den braunen, klassischen Alltagsbereich, würde ich sagen. Und so ein grün. Finde ich total spannend. Die Aufteilung habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Mit diesen halben Pfändchen und groß und klein. Ist natürlich recht unpraktisch, wenn man Make-up Artist ist. Aber ich glaube, darum geht es jetzt nicht. Ich will jetzt einfach anfangen und diese Palette probieren. Das gibt es nicht. Jetzt seht ihr auch nochmal den Highlight und den Blush. Sieht sehr, 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 sehr schön auf meiner Haut aus. Ich nehme den Pinsel LM1 und gehe in die Farbe Unobtainium. Keine Ahnung. Und die setze ich mir in die Lidfalter. Erstmal so ein bisschen als Transition Shade. Um einen schönen blauen Effekt zu haben, bietet sich jetzt an. Was ich aber gut finde bei der Palette, du hast halt auch wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. Also du bist jetzt nicht gezwungen, jeden Tag einen blauen Look zu tragen, sondern du kannst auch wirklich mal in den grünen oder für den Alltag in den klassischen Warm Tones Bereich gehen. Schöne Farbe, ist auch tatsache vegan, die Palette. Ja, Vegan Formula. Also die Palette ist komplett vegan. Was ich ganz spannend finde, ist, dass sie auch hier extra wieder raufgeschrieben haben, aber vermutlich, weil es auch ein internationales Produkt sein wird, ist, dass einige haben ein Sternchen und das sind dann Pressed Pigments. Pressed Pigments heißt offiziell, dass man es nicht am Auge benutzen darf, weil es potenziell die Haut einfärben kann. Muss draufstehen. Ist halt Standardprozedere mittlerweile, kennt ihr ja mittlerweile auch. Also man darf sich da nicht wundern, dass es vielleicht ein bisschen eingefärbt hat, aber ganz ehrlich, das ist mir, das ist mir wurscht. Sehr, sehr schönes deckendes Blau. Es geht so ein bisschen in die Pastellrichtung. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich blende es hier außen gleich noch so ein Stückchen höher und überlege jetzt, was ist das hier? Flont of Urflora. Da, so ein bisschen Moosgrün hat so ein bisschen Schimmer mit drin. Das setze ich mir jetzt erstmal hier. Ich will erstmal so ein bisschen mit den Farben spielen, dass man sie sieht. Banshee Skies, es macht mich richtig an und Bio Lume Night. Ich gehe jetzt erstmal hier in Azur Waters. Das ist ein Pressed Pigment und baue mir das erstmal in die Liebfalte auf, um das Ganze so ein bisschen zu verdunkeln. Also auch schön im Farbverlauf. Was ich gut finde, ist, dass wir tatsächlich auch wirklich ein Schwarz mit dabei haben. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal wirklich verdunkeln und mit Schwarz alle Farben noch ein Stückchen dunkler und intensiver machen. Es macht einfach bei so blauen Tönen immer super viel Sinn, mit Schwarz zu mischen, weil ihr dann mehr Tiefe in den Look bekommt. Ja, mag ich sehr, 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 sehr gerne. Geht gut, ist anwenderfreundlich. Was ich jetzt probieren möchte, ist erstmal, ich muss hier in Banshee Skies reingehen. Einfach fürs Gefühl. Yes. Aber, dass ihr die Farbe mal auf dem Auge gesehen habt, das ist eine wunderschöne blaue Farbe. Bio Lume Night ist so ein bisschen grünlicher. Kann man da also noch so ein bisschen mit reinmischen an den Übergang. Liebe ich, liebe ich, liebe ich die Texturen. Das ist so eine Palette, wenn du die auseinander nimmst. Und vielleicht packst du da noch ein paar Natasha Denona Paletten Farben mit rein für so ein Make-Up Artist Kit. Weil das sind nicht so 0815 Farben, ne? Also klar, du hast auch einen Braun und du hast auch einen Schwarz. Aber diese Schimmerfarben sind schon krass. Was ich jetzt machen will, ist in Wood Sprite. Das ist so ein heller Blauton. Und den... Uh, der ist ein bisschen flakiger. Also den würde ich ein bisschen nass machen. Ich liebe auch diesen pinkigen Highlighter dazu. Man könnte den mit Sicherheit auch als Highlighter-Top annehmen, so ein bisschen. Also ihr seht, das ist jetzt... Ich habe natürlich jetzt den auffälligsten Look, der überhaupt möglich ist, gemacht. Aber ich mag diese spektakulären Looks trotzdem gerne. Ich mache natürlich immer viel hier für den Alltag. Und probiere euch auch so ein bisschen Content-mäßig das zu geben, was im Alltag funktioniert. Und wenn ihr Bock auf Blau im Alltag habt, go for it, boys and girls, ne? Also sagt euch ja keiner, was ihr tragen sollt und was nicht. Aber das ist texturmäßig sehr, 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 sehr gut. Ich hätte jetzt vielleicht gerne noch ein Gelb. Ein Hot, Hot Gelb. Wir haben zwar das Grün, um mir vielleicht so eine Cut-Crease zu ziehen oder so. Ist jetzt nicht dabei, finde ich jetzt aber überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch erst mal unten in Blau. Ich swatch euch nochmal ein paar Farben. Hier Ronald's Grays. Sehr creamy. Cove of the Ancients. Pandora. Also ihr seht, das ist alles mit dabei irgendwie so ein bisschen. Sonocord. Und Panopyra. Oh Gott, diese Namen, ne? Also ist schon sehr spektakulär, die Palette. Oder lila unten. Gehe jetzt dafür aber in so ein bisschen Semischimmer in Tidepool. Oder Tidepool. Das ist ein ganz dunkles Lila mit ein bisschen Schimmer. Einfach nur, weil es jetzt zur Mütze passt. Ich hatte keine blaue Mütze. Und das blende ich aus mit Iloju. Als Inner Corner nehmen wir noch Panopyra. Ich glaube, ihr habt es gesehen, dass das spektakulär war. Also sehr, sehr pigmentiert und farblich sehr passend. Das ist ganz spannend, weil, also ich kenne den zweiten Teil noch nicht. Aber wenn ich jetzt überlege, es gibt ja oft so zum Beispiel Make-up Brands, die mit anderen Filmen zusammenarbeiten. Dann guckst du die Palette an und denkst dir so, hä, was ist das denn jetzt? Hier passt das schon. Also ich fühle mich ein bisschen avatarig. Okay. Wir haben noch einiges für die Lippen. Und zwar wollte ich jetzt erstmal, weil ich glaube, dass das dann zu viel wird, die ausprobieren. Die Lip Glosse. Das sind die Shimmering Waters Lip Gloss und der Illuminate Lip Gloss. Die haben echt spannende Farben. So ein bisschen grünlich-blau und blau und lila. Ich probiere erstmal den helleren hier aus. Den auf dem schwarzen Liquid Lipstick. Wäre ganz krass. Ich probiere nochmal den anderen. Ah, der hat definitiv blau mit drin. Muss man ein bisschen aufpassen bei blauem Lip Gloss, weil es kann ganz schnell aussehen, als, weiß ich nicht, wäre es so ein bisschen zu lang unter Wasser geblieben. Fühlten sich jetzt aber gut an. Es gab auch noch Lippenstifte und das fand ich ganz spannend. Und die kam nämlich im Paper Packaging. Also die Umverpackung ist Papier. Das Einzige, was Plastik ist, ist dieses Drehding. Einmal kam er in so einem Hot Pink in der Farbe Ronald. Das sind auch diese Matt-Lippenstifte. Krass. Und, und die fand ich natürlich wieder ganz nice, ist die Farbe Neytiri. Das ist so ein dunkler... Oh. Den müssen wir benutzen, Freunde. Tut mir leid. Ja, das ist die Matheformulierung von Nix. Ist schon sehr, sehr schön. Ich habe jetzt extra nicht zu viel gemacht. Guess what? Weil, ich will noch ein bisschen von dem Pink, nehme ich meinen Finger, damit reintupfen. Okay, dafür, das geht nicht so. Okay. Also, das sind diese Mattenformulierungen von Nix. Wer die kennt und wer die mag, nice. Ich glaube, dass man mit diesem Pink auch viel machen kann, wenn man vielleicht einen braunen Lip Liner oder so benutzt. Ich brauche jetzt auch tatsächlich einen Lip Liner, weil mir das sonst zu unsauber ist. Schön. Und da können wir jetzt einen Gloss rüber geben, finde ich. Dann nehmen wir den etwas helleren. Ja. Oh, wow. Bin gerade so ein bisschen hin- und hergerissen, weil es war schon... Also, ich bin gar nicht hin- und hergerissen. Das ist Quatsch. Das ist... Oh, meine Hände sind so trocken. Oh. Das war phänomenal. Also, die Blush, diese Highlighter-Sticks brauche ich nicht unbedingt. Aber der Rest? Boys and Girls. Lidschattenpalette definitiv und go. Also, Blushpalette auch, weil es einfach krasse Farben sind. So diese ganzen Add-ons, so Lippenstifte und die Lipgloss in Blau und so. Ha. Muss nicht sein. Nein. Wir haben noch ein Setting Spray. Wir haben noch ein Setting Spray, das Metcayina Mist. Ich denke mal, das ist das Met Face Mist. Up to 16 Hour Overspray. Ja, Avatar Facial Mist. Ja, ich glaube, das ist das klassische NYX Face Spray. Riecht jetzt nicht besonders oder so nach, weiß ich nicht, Beere oder so, sondern einfach nur nach Setting Spray. Ist ein süßes Gimmick, wer die Setting Sprays von NYX mag. Ich freue mich auf eure Meinung in den Kommentaren. Lasst ihr mir unbedingt ein paar nette Worte da. Und falls ihr neu seid, abonniert doch gerne mal den Kanal. Mich würde es freuen und euch kostet es nichts. Wir sehen uns hier ganz bald wieder, ihr süßen, kleinen Pandora-Mäuse. Passt auf euch auf.